Wir haben gesagt, wie passen Sie sich heute ein bisschen auf? Ja, für Ihre Gesundheit. Liebe Freunde, wir freuen uns natürlich hochgradig, dass wir heute wieder beim Charlie dabei sein dürfen. Alles Liebe. Du, sagst du doch einmal zu mir. Ach so, Entschuldigung. Genau, was wünscht dem Charlie? Liebe Freunde, natürlich spritzige Momente für den Charlie mit seinem Spritzbär Charlie. Aber sonst war das super. Natürlich spritzige Momente, noch einmal, noch einmal. Was wünscht dem Charlie? Natürlich spritzige Momente mit seinem Spritzbär und ganz, ganz viel Liebe und Erfolg in seinem weiteren Leben. Wir lieben ihn, alle unser ganzes Team. Was habt ihr gemeinsam als zwei? Du, der Charlie war bei mir in der Sendung, reden wir darüber. Eingeladen durch den Sigi Willmann, dem Schlagzeuger der Nokis. Haben wir uns kennengelernt und sofort haben wir uns gehört. Also da hat es passt. Wir sind extra aus Kärnten gekommen wieder. Ja, jetzt ist es soweit, unsere 60er Geburtstagsfeier ist schon in den Startlöchern. Sehr viele Gäste sind schon gekommen, aber jetzt muss ich noch meinen Dress auswählen. Wir haben da einige Dresses zur Verfügung. Wie viele Outfits hast du geplant? Outfits für heute drei bis vier, je nachdem was es ergibt. So, ein bisschen abgenommen habe ich seit den letzten Filmaktionen. In der Zwischenzeit 12 Kilo weniger. Ja, den Charlie kenne ich schon lange. Auch aus unserer Anfangszeit. Weil er hat ja ein Schlagzeuggeschäft. Und dann hat er gesagt, er hat 60 Geburtstags. Und da haben wir gesagt, gut, was kauft man dir? Dir kann man nichts kaufen. Also man hat mir dein Geschäft. Und jetzt bin ich nicht zu. Also das wird schon ein sehr lustiger Letztag. Was spielt für einen? Pusschen. Im Carl kann ich nur wünschen, dass er so bleibt wie er ist. Ja, da kann man nicht mehr viel verbessern, glaube ich. Das ist ein super Typ. Hast du das alles neu gekauft für heute? Diese zwei sind neu. Die anderen kommen ja aus der anderen Fernsehstaffel. Ja, der Charlie kann auch hin und wieder Krawatten finden. Ist die Mutter für den Sekundarles? Nein. Ach, sie ist ja die Mutter. Sie ist die Mutter. Ja, wir machen ein Geburtstagsvideo von dir. Ist es? Ja. So, passt das vorweg so. Ich sehe mir jetzt nicht in den Spiegel schauen, ob das da oben so passt. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich fertig, damit wir dann in wenigen Minuten eine Ansprache machen können. Ähm, wieso bist du heute da? Ich bin heute da, weil mich der Charlie eingeladen hat. Es ist am 16. Geburtstag. Und ich habe die Einladung liebend gern angenommen. Wie kennst du ihn? Also ich kenne den Charlie nur vom Fernsehen. Wir haben jetzt da vor ein paar Wochen ein Interview gehabt. Da habe ich den Charlie kennenlernen dürfen. Das ist wirklich ein ganz lieber Mensch. Was erwartest du vom heutigen Abend? Viel Spaß, flüssig und einmal abschalten. Ja. Perfekt. Dankeschön. Danke. Danke. Wie kennst du den Charlie? Ja, das ist eine gute Frage. Na, zuerst wenn ich ein Tropfen stört, war auf einem Fest auf. Okay. Aber man kennt dich auch aus dem Fernsehen. Und ähm, was hat sie heute hier her verführt? Die Einladung zu nehmen. Also wir. Ich möchte mich herzlichst bedanken, dass so viele Leute hier auf meine 60er Geburtstagsfeier gekommen sind. Und ich möchte mich bedanken bei meiner Mama, die ich schon so lange war und nur für den 60er. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, wenn man 60 Jahre alt ist, dass die Mama noch anwesend ist. Und da wollte ich nicht nur meine Familienmitglieder hier einladen, sondern auch Freunde, die mit mir vor 40 Jahren auf der Schulbank gesessen sind. Das sind die da hinten, die auch schon keine Ruhe mehr haben, so wie ich. In dem letzten Jahr hat sich sehr viel getan bei uns mit dieser Geschichte Amore und der Palmen. Und ja, die Luzifer, den lachen können wir nicht immer. Heute wollen wir lustig sein, feiern. Das soll heute alles eine coole Bauanstaltung sein. Karl Doppler, eine Legende im Musikbusiness. Und wir konnten auch als Jazz-Kid den Herr Disco-Killers in den 90ern nicht vorbei. Also, ich sing ihm das eine oder andere Ständchen. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt, dass er so aktiv bleibt, wie er ist. Danke. Können wir jetzt schon was sagen? Wir starten mit einem tollen Programm. Der erste heute im Bunde ist der Thomas Strobl mit seiner Schuchtbox. Mein Aufmerksamkeit, euer Aufmerksamkeit, jetzt! Danke! Während ich da mit euch diesen Reigen eröffne, wird dann schon die Suppe serviert. Charlie, ich bin ein Austria-Wien-Fan und dein Anzug ist grenzgenial. Und ich bitte alle, ob Rapid oder Austria, jetzt für den Anzug von Charlie um einen ganz, 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 ganz frenetischen Applaus. Krass! To you, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Charlie. Das Wichtigste eigentlich, wenn man 60 ist. Potenz soll da bleiben, Potenz soll da bleiben, dreimal so hart. Charlie, auf dich! mit jeм Was mochtar noch gentlemen in Abeljahr? gameui, me una Söne, herst Cause inacakschen mir pieg, und seine Stühle. Jawohl, so schaut das! Ah, da ruft! Gibt's ja, wo's zu anziehen, durchs ja fremden Land gefischt. Windlich an der Ome, wie ich schaue, so ist so, wie ich's jetzt nahe. Post vodka noc, im Adelkan. Applaus für den mittleren Tisch, die essen schon sehr drauf Suppe. Das müssen offensichtlich die Promis sein. Man weiß nicht, warum ihr das gekriegt habt, aber es ist ja wurscht. Liebeslieder. Liebeslieder, das ist das, was am meisten in der Jukebox und für Charlie lebens- und liebenswert war. Und ich frage einmal die Frauen jetzt. Ich frage einmal die Frauen. Wann... Nein, ich frage die Männer zuerst. Warum? Arme kennen die Männer zuerst. Ich frage an die Männer, wann hast du zum letzten Mal dein Telefon zur Hand genommen, hast deine Holde angerufen und hineingesäuselt. Und ich hab nur angerufen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Das ist der Moment, wo sich die Frau zur Freundin trat und sagt, das ist mein Alter. Warum ist denn der am Frühmittag schon abgesucht? Weil du häufig zu viel trinkst und dann schnorchst und furzt und stinkst. Steh auf dir und darum wird beim Happy End in jedem Liebeslied gewöhnlich ausgeblend. Wer hat aktuell einen Puls? Bitte um ein Handzeichen. Okay, wenn ich es oben schaue, 60% sind tot. Ist aber völlig in Ordnung. Es ist ja auch 60. Geburtstag. Ja. Ja, 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 ja.